Und das ist das Erstaunliche, was wir sehen. Denn wir haben wirklich das Gefühl, dass dies die Geburt einer neuen afghanischen Kirche in der Welt ist. Und es ist so nah an Afghanistan. Das geschieht in Zentralasien. Es ist ein historischer Moment. Es sind historische Zeiten. Und um es als Teil von Open Doors zu sagen, ja, wir sind da. Genau wie Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors. Er wollte bei Menschen sein, die verfolgt werden. Und sieh, was jetzt passiert. Wir sind mitten unter afghanischen Christen. Herzlich willkommen im Open Doors Hoffnungszentrum für verfolgte Christen. Danke, dass du heute dabei bist, wenn es in Zentralasien um eine ganz besondere Gruppe von Christen geht, nämlich um Afghanen. Wir begrüßen Jan aus den Niederlanden. Er ist für vieles verantwortlich dort in diesen zentralasiatischen Ländern. Danke, Jan, dass du hier bist. Danke. Danke für die Einladung. Es ist eine Ehre, hier zu sein. Jan, wie kommt es, dass in Zentralasien Christen sind, die aus Afghanistan kommen? Ja, um ehrlich zu sein, war es eine ziemliche Überraschung für uns. Als die Taliban die Macht übernahmen, hatten wir keine Ahnung, was passieren würde. Und plötzlich erfuhren wir, dass viele Afghanen in die Länder Zentralasiens flüchteten. Und Zentralasien war darauf überhaupt nicht vorbereitet. Sie hatten keine Wohnungen oder Zelte, in denen sie leben konnten. Darum bekamen wir die Anfrage, ob wir helfen könnten. Sie nahmen Kontakt zu den Kirchen auf, die dann uns um Hilfe baten. Wir erhalten jedes Jahr einen bestimmten Betrag von Open Doors International für unsere Aktivitäten dort. Wir hatten überhaupt kein Geld, um diesen Geflüchteten zu helfen. Und natürlich sagten wir zur Open Doors International, wir müssen ihnen wirklich helfen. Es könnte sein, dass unter ihnen Christen sind. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir sie auch erreichen können. Und dank der vielen Spenden aus aller Welt konnten wir diesen Afghanen helfen. Und das Erste, was wir getan haben, wir haben Essen verteilt. Sie waren so hungrig. Sie hatten nichts zu essen. Also liefern wir bis heute jede Woche an fast 7000 Menschen Lebensmittelpakete, um sicherzustellen, dass sie am Leben bleiben. Das ist zumindest der erste Schritt. Aber du sagst, es ist dann erst einmal das Stadium, wo du noch gar nicht weißt, ist jemand Christ oder nicht Christ. Einfach erst mal wirklich erste Hilfe geben. Und weißt du, was mich wundert, wenn jetzt jemand flüchtet, besonders auch, weil er als Christ in Afghanistan keine Chance hat und so verfolgt wird. Wie findest du heraus in Zentralasien, dass jemand Christ ist? Denn wenn ich mir mal den Weltverfolgungsindex anschaue, diese Liste von Ländern, in denen diese Länder verzeichnet sind, die ersten 50, in denen Verfolgung am allerstärksten ist, dann sehe ich um Afghanistan herum nur Länder, in denen Verfolgung stark ist. Das heißt, sie kommen ja praktisch vom Regen in die Traufe. Aber wie wollen sie sich also äußern und sagen, ich bin Christ, ohne Angst zu haben, sofort wiederverfolgt zu werden? Ja, das ist tatsächlich der Fall. Weil die afghanischen Christen so viel Angst haben, zu sagen, dass sie Christen sind. Weil sie wissen, dass es auch dort Taliban gibt und sie sich immer noch nicht sicher fühlen. Und ja, sie werden sogar bedroht. Es gibt zwar Lager in den zentralasiatischen Ländern, aber sie fühlen sich immer noch nicht sicher. Für uns ist es also sehr schwierig herauszufinden, ob sie Christen sind. Was wir also tun, wie wir es immer tun in Zentralasien, wir bauen Beziehungen auf. Wir stellen sicher, dass wir bestimmte Personen jede Woche besuchen und ein Lebensmittelpaket übergeben. Und dann können wir fragen, hey, wie geht's? Und wir fragen ein bisschen mehr. Und manchmal fühlen sich die Menschen sicher genug, um zu sagen, ich bin ein Nachfolger von Jesus, aber sag es nicht weiter, weil ich Angst habe. Und dann freuen wir uns. Wir sagen dann, das ist gut, weil wir nach dir gesucht haben. Wir wussten schon, dass du da bist, aber wir haben dich noch nicht erkannt. Und dann passieren schöne Dinge. Da war zum Beispiel eines unserer Teammitglieder und spielte mit Kindern Fußball und das mehrere Wochen lang. Und danach holten sie sich zusammen eine Erfrischung und hatten Spaß. Sie fanden eine spaßige Sache inmitten der Schwierigkeiten. Doch plötzlich bemerkte er, dass einige von ihnen in einem kleinen Buch lasen und er fragte sie, was lest ihr? Oh nein, 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 wir werden es ihnen nicht sagen, es ist nichts. Und dann fand er heraus, dass es sich um christliche Kinder handelte. Sie lasen ein neues Testament für Kinder. Und das in der Sprache Dari. Und wir dachten, okay, das ist gut. Dafür können wir Gott danken. Wir haben es herausgefunden. Also haben wir uns gefragt, können wir mit diesen Kindern eine Hauskirche gründen? Und vielleicht auch mit mehr Kindern? Aus diesem gemeinsamen Fußballspiel ist eine geheime Hauskirche geworden, die sich jede Woche trifft. Ja, sie spielen noch immer Fußball, aber jetzt studieren sie auch gemeinsam die Bibel. Und das ist das Erstaunliche, was wir sehen. Denn wir haben wirklich das Gefühl, dass dies die Geburt einer neuen afghanischen Kirche in der Welt ist. Ja. Und es ist so nah an Afghanistan. Das geschieht in Zentralasien. Es ist ein historischer Moment. Es sind historische Zeiten. Und um es als Teil von Open Doors zu sagen, ja, wir sind da. Genau wie Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors. Er wollte bei Menschen sein, die verfolgt werden. Und sieh, was jetzt passiert. Wir sind mitten unter afghanischen Christen. Und sie sind so verletzlich. Es ist so wertvoll und gleichzeitig so gefährlich. Aber ja, es passiert. Sind denn in all diesen Ländern, die Afghanistan-Anrainerländer sind, Christen zu finden? Also kommen Christen aus Afghanistan in all diese Länder und bilden dort diese Hauskirchen? Nein, im Moment nur in zwei Ländern. Aber wir glauben, dass es sich in Zukunft ausbreiten wird. Denn das ist erst der Anfang. Und sind die, wie sind die drauf? Also wollen die dann weiterziehen in andere Länder, in denen nicht so viel Verfolgung ist? Oder bleiben sie dort? Well, das ist eine interessante Frage. Das hängt auch von der Kultur ab. Jedes zentralasiatische Land hat seine eigene Kultur. Und einige Länder sind wirklich mit der afghanischen Kultur verwandt. Selbst die Sprachen sind sich manchmal ähnlich. Sie fühlen sich also in diesen zentralasiatischen Ländern ein wenig zu Hause und sagen, hier kann man gut bleiben. Die Realität ist, dass die Regierungen dieser Länder nicht bereit sind, ihnen zu helfen. Sie sagen, ja, sie sind da, aber wir wollen sie nicht. Und wir hoffen, dass sie bald nach Afghanistan zurückkehren werden. Ja, naja, dann ist es auch die Frage des Verhungerns am Ende des Tages. Woher bekommen sie genug Nahrung wieder? Und wofür können wir beten, wenn wir an diese Christen denken, an diese kleinen Hauskirchen? Was sind die Hauptgebetspunkte? Ich glaube, was sie im Moment wirklich brauchen, ist Hoffnung. Sie befanden sich in einer schwierigen Situation in Afghanistan. Lass mich eine Geschichte von Fatima erzählen, und dann werde ich das Gebetsanliegen nennen. Fatima lebte mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern in Afghanistan. Sie waren insgeheim Anhänger von Jesus Christus. Dafür wurden sie verfolgt. Aber sie hatten auch persönliche Verluste zu beklagen. Die jüngste Tochter war behindert und starb während der Covid-Pandemie. Und das war ein großer Verlust. Und plötzlich wurde auch ihr Mann ermordet. Wir wissen immer noch nicht, ob es an seinem Glauben lag, dass er von den Taliban ermordet wurde. Und dann wurde eines ihrer anderen Kinder krank. Und das war der Moment, in dem sie sagte, ich kann nicht mehr. Der Druck ist zu groß. Ich muss fliehen. Also flüchtete sie mit ihren Kindern nach Zentralasien. Wir haben sie gefunden und ihr ein Lebensmittelpaket gegeben. Wir fragten sie, wie geht es euch? Und was habt ihr zu Hause? Sie sagte, ich habe buchstäblich nichts. Nur die Kleidung an uns und Wasser aus dem Wasserhahn. Nichts. Wir mussten ihr wirklich helfen. Nicht nur Essen geben, sondern auch Heilung. Dass sie Teil einer Gemeinschaft wird. Also nahmen wir sie mit in eine geheime Gruppe aus christlichen Frauen. Und jetzt erholt sie sich von ihren Wunden. Es ist nicht leicht, um ehrlich zu sein. Es ist schwierig. Sie weint viel. Und sie hat immer noch Angst. Wofür sollen wir also beten? Für diese Fatimas? Für Hoffnung und Wiederherstellung. Denn sie sind wirklich schwer verwundet. Wir haben also mit diesen Lebensmittelpaketen angefangen. Aber jetzt befinden wir uns in der nächsten Phase mit afghanischen Geflüchteten und Christen. Wir brauchen Einkommen. Ihr eigenes Einkommen. Deshalb vergeben wir in diesem Jahr Mikrokredite. Kleine Berufsausbildungen, damit sie ein eigenes Geschäft eröffnen können oder ein eigenes Teehaus. Und die nächste Phase ist Training. Meistens Training in Seelsorge. Wir wollen Christen schulen und ihnen zeigen, wie sie anderen Menschen helfen können, die traumatisiert sind. Und das bauen wir jetzt auf. Denn wir sehen eine Menge Fatimas, die wirklich verzweifelt sind. Wir glauben, dass wir lange mit diesen afghanischen Christen arbeiten werden. Wir glauben nicht, dass sie bald zurückgehen werden. Die Situation in Afghanistan ist immer noch kompliziert und schwierig. Darum lasst uns um Hoffnung und Wiederherstellung beten. Ja, die Hoffnung hat ja dann auch damit zu tun, dass sie überhaupt mit diesen Mikrokrediten etwas eröffnen können, ohne wieder als Christin erkannt zu werden, weil dann die nächste Welle der Verfolgung schon wieder droht, oder? Ja. Das ist ja dann auch, was ist überhaupt die Perspektive? Du kannst kaum von deinem Glauben an Jesus erzählen. Du musst irgendwie deine Kinder erziehen, über Wasser halten und noch ein Geschäft eröffnen. Wahnsinn. Ja, das kommt vor. Betet also für die vielen Fatimas und betet auch, dass wir als Team sicher sind. Denn es ist auch für uns gefährlich, in einem solchen Gebiet zu arbeiten. Wir können beobachtet werden. Von Spionen, Taliban, Extremisten. Es sind verschiedene Gruppen, auch der IS, die gegeneinander kämpfen. Das ist auf keinen Fall sicher und stabil. Also auch in den Ländern neben Afghanistan quasi sind dann wieder Taliban und IS unterwegs und suchen auch Christen oder versuchen... Ja, das ist der Grund, wieso sie Angst haben, zu zeigen, dass sie Christen sind. Denn sie wissen, mein Nachbar könnte ein Taliban sein und mich verraten oder töten. Weil die Taliban, unglaublich, sie töten Menschen einfach. Das ist wirklich ein Horror. Weißt du, wenn man sich mal das Kopfkino einschaltet und überlegt, was alles drumherum ist. Ein Kind wird krank, du hast überhaupt keine Versorgung, keine Apotheke hat offen. Du musst alleine das Wort Flucht, diese Flucht durchs Nichts, mit Nichts, außer dem, was du am Leib hast. Mit, weißt du, ohne Brot, ohne Essen, ohne Nichts und Kinder weinen. Es ist so eine Tragödie. Weißt du, ich frage mich manchmal, wie kommst du, auch gerade in Zentralasien, mit diesen ganzen Geschichten zurecht? Wie kannst du das aushalten, immer in diesen Abgrund von Trauma, Drama, Tod, Verwüstung, Vernichtung zu schauen? Wie schaffst du das? Naja, ich lerne noch. Und ich musste schon viel lernen, weil es ein so schwieriges Thema ist. Nur wenige Tage vor diesem Interview sah ich eine Fernsehsendung über die Taliban. Und um ehrlich zu sein, ich konnte es nicht zu Ende schauen. Es war zu schwierig. Ein Taliban sagte, ich bin bereit für Allah zu sterben und ich werde diese Ungläubigen töten, egal was passiert. Und in diesem Moment verlor ich die Hoffnung. Ich dachte, Herr, das ist zu viel. Und vielleicht kennst du das. Oder auch ihr, die ihr zuschaut. Es ist zu schwierig. Wo ist die Hoffnung? Und wie geht man damit um? Und wo, vor allem, wo sehen wir Gott darin? Und um ehrlich zu sein, wenn ich nach Afghanistan schaue, fällt es mir schwer, Gott zu sehen. Denn die Gefahr, die Dunkelheit ist so präsent. Ich habe von anderen Kollegen, die auch meine Mentoren sind, gelernt. Aber auch vor allem von Leuten, die in Afghanistan gelebt haben. Und einer sagte zu mir, Jan, du musst immer aus Afghanistan raussuchen. Schau nicht zu detailliert. Mir kommt eine Geschichte in den Sinn. An dem Tag, an dem die Taliban Afghanistan übernommen haben, wurde in einem christlichen Haushalt in Afghanistan ein Mädchen geboren. Und die Eltern sagten an dem Tag, das ist das Zeichen, das Hoffnung ist für dieses Land. Und wir wollen als Licht in diesem Land bleiben. Das hat mich so erfasst. Du könntest auch sagen, uns ist dieses Kind geboren, es ist so zerbrechlich, lass uns fliehen. Ja, in der Tat. Aber sie haben es als Zeichen der Hoffnung genommen. Das hat mich so berührt. Ja, wir müssen wirklich für die Christen beten, die in Afghanistan geblieben sind. Und ich habe gelernt zu sehen, wo die Hoffnung liegt. Und dieser afghanische Kollege sagte zu mir, Jan, in der Vergangenheit haben wir schon Veränderungen in Afghanistan beobachtet. Denkt zum Beispiel an die große Flüchtlingskrise in Europa im Jahr 2015. Viele Menschen aus Afghanistan flüchteten zum Beispiel nach Griechenland. Aber in Griechenland waren auch viele Menschen aus Iran auf der Flucht und sie trafen auf Afghanen. Und sie teilten das Evangelium mit diesen Afghanen. Und jene fanden Jesus. So entstand eine afghanische Kirche in Griechenland. Und danach kehrten diese neuen afghanischen Christen nach Afghanistan zurück. Das ist die gute Nachricht. Und schau dir an, was im Moment passiert. Wir sehen, dass die Menschen aus Afghanistan nach Zentralasien fliehen. Und wir sehen erneut die Geburt einer neuen Kirche. Und darin sehen wir Gott. Denn das ist das größere Bild. Dass Gott die Kontrolle hat und weiß, was zu tun ist. Aber man muss über den Tellerrand hinaus blicken. Und die Entwicklung nicht nur in einem Jahr, sondern über viele Jahre hinweg sehen, dass Gott trotz aller Schwierigkeiten treu bleibt. Es ist wirklich eines der schwierigsten Länder der Welt, in denen man leben kann. Aber dennoch kümmert sich Gott und baut sein Reich in einer der schwierigsten Gegenden der Welt auf. Und das gab mir Hoffnung. Als ich mir das größere Bild ansah und er es mir zeigte, sagte ich mir, okay, ich muss rauszoomen. Ich muss herauszoomen und mich selbst einschränken. Ich kann nicht jede Sendung über die Taliban sehen. Es ist einfach zu schwer. Ich muss mich einschränken und Hoffnung finden. Und manchmal, und das ist es auch, was ich dir und denjenigen, die zuschauen, raten möchte, müssen wir uns erholen, manchmal auch weinen, weil so viel in der Welt passiert. Und manchmal kann ich keine Nachrichten mehr schauen. Ich muss abschalten und mir Zeit nehmen, um zu weinen, zu beten und mich zu erholen. Denn ich muss dich sehen, Herr. Ich will die Hoffnung nicht verlieren, denn ich brauche auch in meinem eigenen Leben Hoffnung. Ich habe auch Probleme in meiner eigenen Familie oder in meiner Kirche. Und du auch. Und ihr Zuhause. Aber lass uns genau darüber vielleicht am Schluss nochmal sprechen. Ich habe gerade dieses Beispiel gebracht mit diesem Mädchen, das geboren wurde, als Hoffnungsstrahl in dieser Dunkelheit. Kennst du für dich Momente, in denen du sagst, weil du bist so bombardiert mit diesen ganzen Geschichten, und du steckst so tief da drin, wo du sagst, ich konnte weinen vor Gott, und ich konnte ihm das alles hinlegen, und er hat mir etwas gegeben, das diese Hoffnung in mir entfacht hat. Gibt es da so einen Moment bei dir? Ja. Jesus überrascht mich meistens in meinem dunkelsten Moment. Dann, wenn ich mich wirklich verloren fühle. Wenn ich alle Hoffnung verloren, alle Motivation verloren habe. Und dann überrascht er mich immer wieder. Und das war schon viele Male so. Heute Morgen zum Beispiel, während des Frühstücks, brachte mir eine Hotelmitarbeiterin eine kleine Blume. Und ich dachte, Herr, es ist nur eine Blume, aber es ist Hoffnung. Es ist Hoffnung. Es hat eine liebevolle Absicht. Und dann sehe ich in kleinen Dingen Hoffnung. Ich finde sie in meinem Herzen. Oder in einer Blume. Oder in der Sonne. Das ist Jesus. Denn ich brauche es, dass er mich überrascht. Und dass er mir Hoffnung gibt. Jan, darf ich dich am Schluss bitten, zu beten. Für zwei Dinge. Das eine, dass unsere Geschwister in der ganzen Welt immer wieder diese Hoffnung finden, dass Jesus sich ihnen zeigt. und dass wir als Betende, die hinter ihnen stehen, auch voller Hoffnung sind, dass Jesus eingreift. Lieber Herr, wir danken dir für die Zeugnisse afghanischer Christen aus einem sehr schwierigen Gebiet. Danke, dass wir von ihnen lernen können, dass du sie nicht verlassen hast, als sie nach Zentralasien geflohen sind. Nein, du warst schon dort. Und danke, dass du uns in unseren dunkelsten Momenten des Lebens überraschen kannst, dass du derjenige bist, der uns neue Hoffnung für unsere Zukunft geben kann. in unserem Schmerz, in unseren Verlusten uns wiederherstellen und erneuern kannst, Herr. Wie du es auch mit den afghanischen Christen tust. Und danke, dass wir uns in diesem Moment miteinander verbinden können. Mit Afghanistan, mit Afghanen in Zentralasien, aber auch hier in Deutschland. Mit denjenigen, die zuschauen. Jesus weiß, was ihr erlebt. Und er ist derjenige, der euch Hoffnung geben kann. Wie dunkel, wie schwierig eure Situation sein kann. Er ist das Licht. Lass es nicht ausgehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Herzlichen Dank, Jan, dass du da warst. Wir freuen uns so darauf. Jesus, komm bald. Tschüss. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de slash magazin slash magazin 57at building 50 g 50 g 86 g 35 g 40 g